Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die zweite Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch aus der neuen Expansion präsentieren. Und dazu war ich wieder fleißig, habe einiges an Gold investiert und wir wollen mal gucken, was ich die Woche so gemacht habe. Beziehungsweise bevor wir da durchstarten, vielleicht so eine kleine Erinnerung, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Ich habe meine Tabelle ja ein bisschen hier abgeändert, da ist ja von BFA das ganze alte Zeug noch drin. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Cut gemacht zum Add-On-Start. Und ja, um so kleine Erinnerung, wo wir im letzten Video stehen geblieben waren. Wir hatten angefangen Gold zu machen in der Expansion in der dritten Woche. Da war ich auf dem Main-Account bei noch 1,4 Millionen. Ich weiß, vor der Expansion war ich bei über 10 Millionen. Ich habe einiges an Transmog, Mounts und so ein Zeug gekauft. Ging gut was weg. Auf jeden Fall, wir waren bei 1,4. Wir haben das investiert in Schmied und Leder, Verarbeitung zum Skillen, beziehungsweise um die Items herzustellen. Und haben immer halb von der Woche das ganze pushen können auf 7,6 Millionen. Gut, da war dann auch noch mal so, ich glaube, knappe Millionen dabei von Startgold. Heißt, was ich beim Leveln an Stuff bekommen habe, habe ich alles ins Auktionshaus gehauen. Am Anfang war das ja noch ein Haufen wert. Das war auch noch dabei. Es war jetzt nicht alles nur aus den Berufen gezogen, aber zumindest zum großen Teil. Den zweiten Account habe ich im Großen und Ganzen stehen lassen. Das meiste Gold, die knappen 4 Millionen, die sind ja auf verschiedenen anderen Servern, auf denen ich gerade nichts mache. Das liegt da halt, das wird irgendwann später vielleicht wieder relevant, wenn ich dann wieder die Zeit habe, auf mehreren Servern aktiv zu werden. Heißt, wir hatten hier die 7,6 Millionen. Und die haben wir dann aber auch in der letzten Videoaufnahme, falls ihr euch die angeguckt habt. Die war eine Stunde lang, weil ich dann halt auch dort direkt investiert habe. Komplett bis fast auf Null wieder ausgegeben. Also ich habe die kompletten 7,6, 7,5, ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau waren, also fast alles, haben wir wieder ins AHA reingebuttert. Heißt, wir haben komplett Leder rausgekauft für mehrere Millionen Gold und Sachen erstellt. Und dort wollen wir wieder einsteigen. Mein Ziel in der Woche war es jetzt nicht, dass ich im Postkasten euch ewig viel zeigen kann. Ich habe jetzt quasi mal im Postkasten gelassen, was ich an einem Tag umgesetzt habe, also nur der Umsatz. Einfach deswegen, weil ich jetzt über die Woche, sobald ich das Gold wieder im Briefkasten hatte, so 2, 3 Millionen drin waren, sofort wieder genommen, habe neu investiert, habe wieder rausgenommen, neu investiert. Teilweise mehrmals am Tag, ich hatte teilweise einen Goldumsatz, also das, was ich Gold rausgenommen habe, wieder neu investiert, rausgenommen, von über einer halben Million am Tag tatsächlich. Das kann ich jetzt euch auch gleich sagen oder zeigen. Ich habe das Gold jetzt nicht alles. Ich musste ein bisschen was rausnehmen, weil ich immer fast null Gold in der Tasche habe, weil das ganze Zeug immer auktionshaus liegt. Seht, mit dem habe ich 27k, mit meinem anderen Twink haben wir noch 3k im Inventar liegen, weil ich einfach nochmal ein bisschen was craften musste. Und ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, also ich habe schon ein paar Barren vorbereitet und so. Nicht, dass wir jetzt hier in der Episode erstmal ein paar hundert Barren craften, dann zieht sich das Ganze in die Länge. Genau. Heißt, was ich jetzt hier drin habe, das sind jetzt bei meinem Maincharakter 763.000. Das sind nur diese 168er Items, also die, die man über Lederer und Schmied craften kann. Das hatte ich euch in der ersten Episode schon gezeigt, wo man dementsprechend bei Venari hier die Upgrade-Tokens draufhauen kann. Dann ist das Item nicht 151, sondern 168. So, hier habe ich jetzt auch schon ein paar Sachen geändert. Und zwar habe ich an TSM ein paar Sachen geändert, dass ich es automatisch einstellen kann. Das ging ja das letzte Mal noch nicht, weil einige Sachen noch buggen, will ich euch aber dann gleich erst zeigen. Und ja, mittlerweile habe ich auch ein bisschen mehr Items im Auktionshaus. Das zeige ich euch gleich. Jetzt gucken, jetzt nehmen wir erstmal das Gold raus, hätte ich gesagt. Also ihr seht, das sind hier alles Verkäufe. Es sind 100 Verkäufe innerhalb von dem Tag. 200.000, 300.000 habe ich schon rausgenommen, um die Barren craften zu können. Also etwa eine Million habe ich damit am Tag umgesetzt. Ich muss dazu sagen, gestern war zwar Samstag, aber es war für mich umsatztechnisch ein schlechterer Tag. Weil ich den ganzen, also ich war nicht den ganzen Tag, aber die meiste Zeit war ich tatsächlich im M-Plus unterwegs. Weil ich meinen M-Plus-Score noch hochballern wollte. Ich habe kaum Innis gemacht gehabt. Immer nur ein, zwei pro Woche, um dementsprechend die Kiste zu kriegen. Und jetzt bin ich halt mal alle Instanzen durch. Das war mit Randoms teilweise, naja, interessant, nennen wir es mal so. Auf jeden Fall waren die Leute im Stream belustigt, weil wir da ein bisschen durchgegimpt sind. Aber jetzt habe ich alle M-Plus einmal durch. Alle acht Stück auf einer einigermaßen, auf um die Zehn rum. Und ja, da bin ich aber halt nicht so viel gekommen, im Auktionshaus präsent zu sein. Und was heißt im Auktionshaus präsent zu sein? Du musst halt eigentlich auf so einem vollen Server wie Antonidas ständig hergehen. Konste-Scan machen, alles rausnehmen, wieder alles reinhauen. Das ist einfach so, ja. Wenn du das nicht machst, wenn du da im M-Plus unterwegs bist, dann wirst du innerhalb von ein paar Minuten bei einem unterboten und du verkaufst nichts. So ist leider die Wahrheit, wer einmal am Tag ins Auktionshaus geht und einstellt und dann erwartet, er zieht da viel Gold raus, den muss ich leider enttäuschen. Das funktioniert auf vollen Servern im Normalfall nicht. So, das war jetzt der kleinere Anteil. Also das waren die 168 Items. Jetzt schauen wir mal, jetzt ziehe ich meinen zweiten Account rüber. Ich habe das nämlich ausgelagert, das habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht erzählt gehabt. Auf einen zweiten Account verkaufe ich die Legendary Items. Also ich habe das aufgeteilt, dass ich einfach mit zwei Charts einen Council-Scan machen kann. Der Council-Scan, also dass ich die Items rausnehme und wieder für einen günstigeren Preis einstelle, um die Mitbewerber zu unterbieten, der ist halt gecappt von Blizzard seit Ende BFA und du kannst es nicht mehr unendlich oft machen, sondern so nach 50, 60 Sachen, die du rauscancelst, stockt es. Das ist übelst Kacke und dann ist es besser, du verteilst es auf zwei Charts, dann passiert das nicht so oft. Und außerdem kann ich dann hier mit dem Twink nebenbei einstellen und raushauen und habe nicht das Problem, dass ich mit dem Main irgendwas anderes machen muss. Gut, wenn ich jetzt in der M Plus bin, dann mache ich nicht nebenbei ein Council-Scan, weil es auf Zeit geht, aber wenn ich jetzt Worldcrest mache oder irgendwas anderes, dann kann ich das so nebenbei machen. Dann ist das kein Problem. Gut, hier haben wir die Legendary Items drin und ihr seht, das ist jetzt vom kompletten Samstag der Betrag. Das sind 5,2 Millionen, also ein halbes Gold Cap ist hier an einem Tag tatsächlich zusammengekommen. Wichtige Information, das ist Umsatz, kein Gewinn, das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf. Ihr seht hier alles 29 Tage, das ist alles quasi von einem Tag und da sind wir anscheinend knapp über die 24 Stunden drüber. Das wurde anscheinend in der Nacht dann verkauft. Also das ist an einem Tag, ich habe am Freitag, an dem einen Tag glaube ich 7, 8 Millionen gemacht oder vielleicht sogar 9. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe 2, 3 Mal rausgenommen, auch einmal eine halbe Million, ich glaube einmal 2, 3 Millionen und dann nochmal 1 oder 2 Millionen. Also irgendwie sowas um den Dreh rum haben wir an dem Freitag gemacht. Da war ich aber auch wesentlich präsenter, da habe ich viel öfter das Zeug reingestellt, da war ich aber auch nicht gebunden über M Plus und andere Sachen. So, also ihr seht hier sind verschiedene Leggi-Teile dabei, die gehen von mal 20k, niedrigere auch über 100k, mal hier auch teilweise 200.000, die Sachen, das ist schon einiges. Das sind jetzt 5,3 Millionen, fast 5,4 Millionen, das können wir jetzt auch mal rausnehmen und damit können wir dann auch wieder investieren. Und ich habe ja jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das rausnehme, noch einiges auch im Auktionshaus drin an Items und ich habe viel in der Tasche bzw. auf der Bank. Was habe ich jetzt die Woche über mit den Legendary-Sachen gemacht? Ich habe einiges hochgeskillt und das ist saumäßig teuer. Ich kann euch nachher auch mal noch eine Tabelle zeigen, die ich erstellt habe, denn es gibt so ein bisschen ein Problem. Wenn ich jetzt hier bei einem Item drüber fahre oder auch in meinem Berufsfenster, bei den Leggi-Items, habe ich die Problematik, dass mir TSM nur die Kosten von Rang 1 anzeigt und den Gewinn von Rang 1. Jetzt kann ich da ziemlich schnell auf die Schnauze fliegen, wenn mir das anzeigt, ah, hier so und so viel Mattkosten, so und so viel Gewinn habe ich, zack, stelle ich her und dann merke ich, Rang 3 oder Rang 4 haben das doppelte, dreifache Mattkosten und ich bin im Minusbereich. TSM ist ein gutes Add-on, im Moment checkt es das aber die verschiedenen Ränge noch nicht und das ist ein Problem tatsächlich. Deswegen habe ich mir eine eigene Tabelle gebaut, um dem gegenzuwirken. Die werde ich euch gleich nochmal zeigen. Als erstes gehen wir jetzt mal zum Investieren über. Also wir haben jetzt wieder ein halbes Goldcap und das pulvern wir jetzt erstmal raus. Ich muss ein paar Sachen herstellen auch, deswegen gehen wir jetzt mal her. Kaufen uns Belge. Die Belge, das ist so gut, ich sage es euch. Die letzten Tage, ich habe halt immer für 5 Millionen, also ich habe angefangen rauszukaufen, immer wenn ich so 2 Millionen hatte. Manchmal für 3, manchmal für 5 Millionen. Wenn du für ein halbes Goldcap Leder rauskaufst, dann ist kein Leder mehr im Auktionshaus und die Preise gehen übelst hoch und das ist halt beschissen. Ich brauche halt so viel Zeug, dass ich teilweise auf Antonidas das komplette Leder rausgekauft habe. Dann gehen natürlich die Preise extrem nach oben und ich habe immer teureres Leder, was ich kaufe. Und jetzt habe ich einen Tag mal nichts gemacht und auf einmal sind die Preise wieder unten auf unter 2.000 Gold, dass ich das nur erleben darf. Die ganze Woche war es auf 2.500 bis 3.000 Gold des Leder. Teilweise war nichts mehr drin. Ich habe mal alles rausgekauft bis auf 200 Leder, die halt irgendwie für solche Preise drin waren hier unten. Und dann hast du gelitten. Das ist jetzt richtig gut. Ich glaube, ich sollte das öfter machen, dass ich mal einen Tag Pause mache, die Märkte erholen lasse und dann ein günstigeres Leder kaufe, weil das erhöht natürlich meine Gewinnspanne. Und ja, so. Wir wollen jetzt einmal rauskaufen Leder. Und zwar, wie viel kaufen wir? Können wir uns taus... Oh nein, ich will nicht 4.000 Leder kaufen. 1.000 Leder wären 2.000 Gold. 2.000 Leder. Da wären wir bei 2.3. Haben wir 4.000.000. 2.3. Jetzt schauen wir mal ganz kurz noch in den verzauberten Bike. Der ist bei 4.4. Ist der gedroppt? Oh, Moment. Dann kaufe ich nur bis 2.2 raus. Dann wären wir bei 2.8. Machen wir das mal. Jetzt müssen wir mal schnell rechnen. Ich brauche nämlich im Verhältnis gleich viel von dem Hornbalk als auch von dem verzauberten Hornbalk. Normalerweise crafte ich es mir selber um. Aber jetzt ist der verzauberte Hornbalk relativ günstig drin. Also für 4.4 ist ganz okay. Wir könnten auch mal hier gucken, wenn hier so viel drin ist günstig. Nee, komm, wir kaufen jetzt erstmal hier was raus. Und den Rest machen wir bis 2.2. Kaufen wir das alles raus. Das sind 1.300. Und dann können wir auf den Verzauberten gehen und vielleicht auch nochmal 500. Oder kriegen wir das hin? 500. Okay. So, seht ihr, so schnell sind 5 Millionen Gold weg. Das sind jetzt hier Leder im Wert von 5 Millionen. Die werden wir aber brauchen. Wir werden nämlich nachher auch nochmal ein bisschen was recraften. Und dann zeige ich euch auch mal ein bisschen meine Tabellen und die Sachen, die ich erstellt habe. Und ich kann euch dann auch nochmal ein paar Tipps geben, was ihr machen könnt und was ihr vielleicht lieber lassen solltet. Gut, wir haben jetzt hier 500 von denen und 1.300 von dem anderen. Jetzt muss ich das schauen, dass ich das auf ein selbes Verhältnis bringe. Das Zeug haben wir noch. Wir müssen nämlich immer 2 craften. Naja, 500 kann ich nicht herstellen. 300. Wenn ich jetzt, stellen wir mal 300 hierher. Dann sind 600 weg. Wenn ich 300 herstelle, dann haben wir noch 700. 5, 6, 7, 8 wären wir dann. Ne, so viel kann ich gar nicht herstellen. Denn ich darf wahrscheinlich bloß 200. Stellen wir mal jetzt erstmal 200 irgendwas her. Nein, nicht. Achso, ich habe auf alle herstellen gedrückt. Machen wir mal 200 und schieben das mal nochmal rüber. Also das ist jetzt erstmal meine Investition. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Und zwar wollte ich euch jetzt mal 2 Sachen zeigen. Also was ich jetzt schon die ganze Zeit mache, ist über TSM den Council Scanner. Wir counten jetzt einmal rein und dann stelle ich die Items neu ein und erkläre ich euch mal kurz, was ich umgestellt habe. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der auch hier im Markt ist und im TSM unterwegs ist. Also hier mit TSM können wir einen Council Scan machen. Ich habe mir vorhin eine Gruppe erstellt und habe diese 168er Items reingepackt. Alle, die ihr jetzt rausschmeißt, da wurde ich unterboten, die brechen wir ab, also im Deutschen abbrechen und stellen sie wieder günstiger ein. Wichtig ist, dass ihr versteht, wie die Preisbildung bei TSM zustande kommt. Im Normalfall, wenn ihr das Standardding hat, eingestellt habt, also die Standardquellen, kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Gehen wir mal hier unter die Operations, nee, warte mal, Operations, Accounting, hier, Default, das sind die Standarddinger. Dann hat er hier halt so eine Formel mit Minimumpreis, Average, Crafting, Kosten und lauter so ein Zeug. Das ist halt normalerweise drin. Also normalerweise unterbietet er halt für einen Kupfer und wenn nichts von den Sachen drin ist, dann hat er hier seine Formeln, für wie viel er es einstellt. Das Problem, was ich hatte, dass er mir die Sachen teilweise für ganz geringe Preise eingestellt hat. Teilweise war es richtig, was es eingestellt hat, teilweise wollte er es für ganz geringe Preise einstellen. Wir können das jetzt mal kurz gucken. Ich habe jetzt mal ein bisschen was abgebrochen. Wahrscheinlich geht der Vorführeffekt jetzt nicht, weil die, die abgebrochen worden sind, da wurde ich unterboten. Machen wir das mal kurz raus. Machen wir da mal Default rein und schauen wir mal, ob das so... Ach, da kommt dieses Gerbersalz. Das habe ich mir versehentlich mal gekauft und jetzt versuche ich das im Aha loszuwerden mit mäßigem Erfolg. Ich glaube, ich verkaufe es einfach beim Händler. Ich brauche das nämlich nicht tatsächlich. So, ich habe das jetzt mal umgestellt auf die Standarddinger. Und jetzt gucken wir mal, ob das eintritt, was ich mir denke. Oh, nein, ich will es nicht einstellen. Teilweise geht er halt ziemlich weit runter. Hier auf 1100 Gold zum Beispiel nur für die Hände. Und das sind wahrscheinlich dann Preise, wo einfach das Item nicht drin ist. Ich stelle es jetzt mal wieder zurück und dann schauen wir mal, was er dann macht. Hier auf Override und dann auf meine andere Operation. Und zwar habe ich mir eine Operation eingestellt, die 10 Items max postet. Dann nur 12 Stunden, weil du wirst eh unterbuten. Also es macht keinen Sinn, 24 Stunden oder länger einzustellen. Ich muss eh Counts, die Scans alle paar Minuten machen, deswegen das Kürzeste, was geht. Und jetzt habe ich eingestellt, Minimum 2000 Gold, dass er nichts unter 2000 Gold reinhaut. Maximum 20.000 und normal Preis 10.000. Wommer habe ich das eingestellt? Er haut jetzt nicht für diese fixen Preise das raus, sondern ich habe ja nur diese blauen Items drin, diese 168er. Und hier ist es dann so, dass die eine gewisse Preisrange haben. Und TSM stellt die Items nicht ein, ich habe jetzt Lederhandschuhe 168, ich haue alle für den gleichen Preis rein, sondern der unterscheidet die Stats und das wusste ich vorher nicht. Der sagt zum Beispiel, ich habe Mastery Crit, ist für einen anderen Preis drin als Mastery Versa und so weiter. Also er hat jedes Item von diesen Dingern, das sind sechs Kombinationen, habe ich mal ausgerechnet, hat für den einen anderen Preis, das ist ein anderes Item. Macht auch Sinn. Und jetzt sind zum Beispiel vier Kombinationen im Auktionshaus, die sind alle bei 5000 Gold. Dann stellt er diese bei 5000 ein. Und jetzt ist eine nicht drin. Dann geht er mit seiner Berechnung her und dann hat er mir teilweise die Items, weil die für ihn nicht drin waren, für 500 Gold reingestellt nur. Weil die Herstellkosten und hin und her hat er halt berechnet. Dann hat er die nur für 500 Gold reingestellt oder halt für 1000 oder so. Und dann sind aber andere Leute, die ihr Zeug manuell eingestiegen sind und haben gesehen, oh, scheiße, scheiße, meine Handgelenke sind jetzt teurer als die anderen. Ich unterbiete denen wieder mit den anderen Stats und dann war das ein Unterbietungswettbewerb und der Preis ist immer weiter runtergegangen. Was ich jetzt gemacht habe, wenn die Stat-Kombi nicht drin ist, dann haut er die Sachen immer für 10.000 Gold rein. Und teilweise sind die Handgelenke, Hände für 5000, 3000 Gold drin. Und ich hau dann die Stat-Kombi, die nicht drin ist, für 10.000 rein. Jetzt mag der eine oder andere meinen, warum kauft dann einer ein Handgelenk für 10.000, wenn er es für 3.000 kriegt, dann hat er halt die falschen Stats. Ihr werdet nicht glauben, die meisten Sachen, die ich verkaufe, sind tatsächlich für 10.000, weil die Leute tatsächlich auch mit ihren Twings die richtigen Stats haben wollen. Die zahlen dann lieber das Doppelte oder Dreifache dafür, dass sie die richtigen Stats haben. Für mich ging das jetzt tatsächlich auf, dass ich das jetzt so mache und ihr seht, wenn ich jetzt einstelle, haut er mir nichts mehr so arg günstig rein, die für 10.000, da sind die Stats nicht drin und für die anderen, da sind die Stats drin und da unterbiete ich einfach den Mitbewerber. Hat zwei positive Effekte. Erstmal, Leute, die bestimmte Stats wollen, die zahlen dann halt mir die 10.000, habe ich mehr Gewinn. Zweiter Effekt ist, ich kann es über TSM reinhauen und muss es nicht mehr manuell machen, das ist nämlich ein Riesenkrampf und dauert ewig, wenn ich das manuell mache. Dritter Effekt ist, wenn ich das so mache, dann haut mir TSM nicht diese günstigen Preise rein und verzerrt mir den kompletten Markt. Da gehen natürlich andere Leute gleich wieder drunter und dann bleibt das Ganze günstig. Und mittlerweile, seit ich das mache, hat sich der Markt erholt und die Preise sind allgemein höher. Ich denke mal, ich war mit einer der Faktoren, die Preise darunter gerissen haben, obwohl ich das gar nicht wollte. Einfach, weil ich nicht verstanden habe, dass er die verschiedenen Stats, dass er die so gewichtet, dass er das als eigenes Item sieht. Das wusste ich schlecht wirklich nicht, habe ich rausgefunden, jetzt habe ich hier diese fixen Preise eingestellt und seitdem erziele ich viel bessere Werte und der Markt ist auch viel stabiler tatsächlich. Gut, ich weiß nicht, ob ihr vorher vielleicht gesehen habt, was ich aus dem Postkasten rausgeholt habe. Das waren viele, diese Sachen mit 10.000. Es war natürlich nie glatt, weil es ist immer 5.000 oder 5 Prozent nimmt sich natürlich immer das Auktionshaus. Das will ja auch ein bisschen Gold machen beziehungsweise Blizzard will Gold aus dem Markt nehmen. Das haben die natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf. So, soviel dazu. Jetzt haben wir die 168er Items weg. Jetzt gehen wir mal auf die Legendary Sachen. Und da kann ich euch jetzt mal ein paar Sachen sagen. Also, letzte Woche war es ja noch so, dass ich viele von diesen Legendary Items noch nicht sonderlich hoch im Rang halte. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Gold verwendet, darauf, diese Sachen hochzuskillen. Es gibt nämlich bei diesen Legendary Items insgesamt vier Ränge. Jeder Rang hat ein anderes Itemlevel hier das 190er Item. Also, Restorang ist 190er. Zweiter ist 210. Dritter ist 225. Und vierter ist 335. Da kann man ja diese schönen Legendary Teile bauen. Seit der Woche gibt es ja Rang 4, kann man quasi jetzt bauen, wenn man immer schön im Torgast alles mitgenommen hat und vielleicht auch ein, zwei von den Missionen über den Missionstisch mit Soul Ash quasi gewonnen hat. Genau. Und ich habe jetzt geguckt, dass ich diese ganzen Sachen auf Rang 4 hochballere. Das Problem ist, jetzt mag der eine oder andere Mann, ja, dann skille ich das einfach hoch, alles easy. Du musst für jeden Rang, musst du das untere Ding 15 Mal herstellen. Und mitunter, ihr habt gesehen, ich habe jetzt 5 Millionen Leder rausgekauft. 5 Millionen Leder? Ist nicht viel. Da kannst du vielleicht ein oder zwei Teile hochskillen. Also, wenn überhaupt. Also, das Schmiedezeug, das ging noch. Aber das Lederzeug ist extrem krass. Und dann mag der eine oder andere sagen, ja, aber du hast ja dann die Items, die verkaufst du wieder. Viele Items, vor allem Rang 1 und 2, sind im absoluten Minusbereich. Du machst mit jedem Item extrem Minus. Also, du musst erstmal x Millionen aufwenden, um überhaupt auf die höheren Ränge zu kommen. Deswegen, falls ihr die Legendaries auch herstellen wollt, ihr braucht ein großes Kapital. Ich werde es euch nah anhand meiner Tabelle noch zeigen, wo wir da etwa liegen. Und ich war mit meiner Schätzung, die ich das ein oder andere Mal schon im Stream geäußert habe, relativ nah dran, erstaunlicherweise. Genau, und ich habe jetzt als erste Schmiedekunst hochgespielt. Ihr seht, Rang 4, Rang 4, Rang 4, Rang 4, Rang 4 und auch Rang 4. Und selbiges habe ich jetzt auch mit Leder gemacht. Rang 4, Rang 4, Rang 4, Rang 4, Rang 4, Rang 4, Rang 4. Sie seht hier, es ist alles Rang 4. Bis auf ein Item. Das hier habe ich noch nicht auf Rang 4. Das muss ich noch hochballern. Da können wir jetzt gleich mal gucken, weil das war so eklatant im Minus, dass ich das noch nicht gemacht habe. Und ich hatte auch schlichtweg nicht genug Gold. Ihr seht, Rang 1 herzustellen, würde, Rang 1 ist im Auktionshaus für 8.700 Gold. Die Herstellkosten sind 30.000 Gold. Du machst mit jedem Teil 23.000 Gold miese. Und du musst das halt 15 Mal herstellen. Da könnt ihr euch mal hochrechnen. Das sind ein paar hunderttausend, die ihr einfach reinwastet. Und mit den anderen Rängen sieht es nicht besser aus. Wenn ich jetzt aber hier drüber fahre, mit den verschiedenen Dingern, TSM zeigt mir immer das Gleiche an. Es kalkuliert nur Rang 1 und nicht die höheren Ränge. Deswegen kann ich euch jetzt auch schön zeigen, habe ich mir eine Tabelle gemacht. Ups, das war mein Spam mit drin. Habe ich mir eine Tabelle gemacht. Und zwar hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vernünftig... Ja, wenn ich es kleiner mache, ist es blöd. Ich habe hier seitlich auch noch ein bisschen was. Werde ich gleich noch mal was zu erklären. Also, was habe ich hier mir für eine Tabelle gemacht? Ich habe mir einmal hier oben die Schatten-Schrecken-Barren zusammengerechnet. Und hier ist es nämlich so, gibt es vier Materialien aus dem Auktionshaus. Das sind vier Erze. Dann brauchst du diesen leuchtenden Fluxus und dann kannst du einen Barren bauen. Du bekommst halt immer zwei Barren aus einer Herstellung raus. Das ist das erste Mal, was ich mir gerechnet habe. Weil allein schon mal die Herstellungskosten, da kannst du natürlich was sparen. Wo haben wir den Barren? Irgendwo hier oben... Ach gut, im Lederverarbeitung findet man natürlich keinen Barren. Ist eh klar. Hier, da seht ihr, das sind die vier Erze plus den Fluxus, den kannst du beim Händler kaufen. Oder du kaufst mir mal Haar und schenkst irgendwelchen Leuten Gold, aber das machen wir lieber nicht. So, und jetzt kann man halt gucken, okay, was kostet der Barren an sich? Hier sind es im Moment 125 Gold, was der Barren kostet. Und jetzt habe ich mir halt in den Rechner einfach geguckt, okay, wie sieht es aus? Was haben wir quasi an Kosten? Und wie viel Gold zahle ich dann für einen Barren? Jetzt kann ich mir, wenn dann, dasselbe herstellen, für 97 Gold pro Bahn, oder ich kaufe es für 125 raus. Das ist halt einfach so eine kleine Berechnung. Das kannst du auch im Taschenrechner eingeben oder im Kopf ausrechnen, wenn du da bewandert bist. Ist egal. Ich habe mir die meisten Barren selber gecraftet, weil ich da halt günstiger wegkomme. Man craftet sie, oder braucht halt ein paar tausend Barren. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, ich brauche 130 Barren für eine Hose herzustellen. Dann könnt ihr euch denken, wenn man mal eine Differenz von 30, 40, 50 Gold pro Bahn hat und ein paar tausend braucht, das summiert sich und das macht tatsächlich was aus. Da spart man sich halt mal 50.000 Gold mal relativ schnell, wenn es einige tausend Barren sind. Also das macht Sinn, die selber herzustellen. Man kann hier einfach die Mats kaufen, Auto, Dings laufen. Vorhin habe ich quasi, bin aufgestanden, habe hier über tausend Barren hergestellt, habe erst mal geduscht, gefrühstückt und so und dann lief das durch. So kann man das zum Beispiel machen. Selbiges gilt dann auch für die verzaubernde Elementium Bahn. Die kann man sich halt auch selber herstellen. Da ist es halt ein bisschen einfacher. Das habe ich nicht in der Tabelle reingebastelt. Die habe ich mir auch selber hergestellt. Und zwar kann man die mit einem VZ herstellen, wenn man den Max-Skill hat. Ich meine Max-Skill, deswegen habe ich mir mit dem Zwing hier VZ hochgeskillt. Und da muss man halt einfach gucken, verzaubernde Elementium liegt extra bei 600 Gold. Man braucht zwei von dem, das heißt gar nicht Elementium, Lithium heißt das. Okay, verzeiht mir. Bei, ja, wenn ich mir jetzt ein paar kaufe, rechne man mal großzügig mit 2,5. Dann sind wir bei 500. Der Staub kostet fast nichts. Das ist etwa dabei. Also wenn ich es mir selber herstelle, um die 500 Gold. Und hier sind sie halt bei 600. Wird sich lohnen, selber herzustellen. Habe ich auch gemacht. Die Tage haben Leute das hochgesettet auf 1000 Gold. Und da habe ich die Barren auch verkauft, wie nochmal was. Da habe ich teilweise 500 Gold pro Barren gemacht. Also ich hatte hier auch einige tausend Gold über die Barren verdient. Jetzt sind die wieder ein bisschen runtergegangen. Mal gucken, ob die wieder wieder gesettet. Das ist immer ganz schön. Die Leute, die quasi nicht in der Lage sind, die selber herzustellen, sind halt darauf angewiesen, dass sie die dann im Osnabrückstumshaus kaufen. Und auch hier seht ihr, haben wir auch schon wieder einiges verkauft, seit wir jetzt gerade hier die Aufnahme gestartet haben. Das sind bestimmt schon wieder 300.000, 400.000 Gold. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, dass das Gleichgewicht mit dem Hornbalk stimmt. Ich glaube, ich kann nochmal, ich stelle jetzt mal nochmal nebenbei ein paar her und dann gehen wir weiter auf die Tabelle ein. Stellen wir mal noch 30 her. Genau. Und jetzt habe ich hier in der Tabelle noch einmal hier die Marktpreise. Also hier die verschiedenen Preise, wie sie im Auktionshaus sind, zum Rauskaufen. Und das berechnet mir dann die kompletten Items. Ich kann jetzt mal auch hier switchen. Das habe ich jetzt mir extra mal eingerichtet, dass ich hier auch eine blanke Page habe. Und da sind zum Beispiel die schreckensarmen Schützer. Und da sehe ich dann aus diesen Sachen mit Formeln berechnet. Ich kann halt hier die Preise immer abändern, wie die aktuell sind. Und dann sehe ich halt, wie viele Herstellkosten habe ich pro Item. Das ist auf einen Blick, okay, so und so viele Herstellkosten. Und dann kann ich mir überlegen, stelle ich es her? Lohnt sich das? Stelle ich nicht her? Sowas hast du normalerweise im TSM. Aber wie gesagt, im Moment funktioniert halt TSM nicht. Und zumindest nicht für alle Ränge. Und dementsprechend habe ich mir selber gebastelt. Hier habe ich halt immer die Kosten von den Items. Und dann, was die Herstellkosten insgesamt sind. Und da haben zum Beispiel die Armstützer haben immer am wenigsten Kosten. Seht ihr, das ist hier nur 20 Bahn, 30, 50, 80. Und dann haben wir die Beine, Brust und Helm. Das haben die meisten Kosten. Da geht es hoch von 30, 50, 80, 130. Und mittel drin sind die Schuhe, die Schultern, die Handschuhe müssten das scheinen. Und die Taille, 25, 40, 65, 105. Und dann seht ihr, haben wir hier die Kosten. Und hinten habe ich noch ein paar mehr Sachen berechnet. Da habe ich einmal plus 5 Prozent, das ist der Auktionshaus-Cut. Also, wenn du die Sachen herstellst und du, ich stelle dir jetzt zum Beispiel her, hier die Stulpen für 47.595 Gold. Und im Auktionshaus sind die drin für 49.000. Dann mag der eine oder andere sagen, ja, das sind ja um die 2K Gewinn, das wird sich ja schon lohnen, das zu machen. Aber du hast halt noch 5 Prozent Auktionshaus-Cut, der auch noch weggeht. Also, wenn die nicht über, ein gutes Stück über 50K sind, lohnt sich das halt nicht, weil der Cut halt auch noch weggeht. Übrigens, ja, die Klugscheiße, die Berechnung ist nicht ganz richtig, weil ich von 5 Prozent von dem ausgehe. Ich müsste von 5 Prozent von dem Verkaufspreis ausgehen, der dann wieder minus gerechnet wird. Aber zumindest zur groben Orientierung passt es. Vielleicht ein Tausender kannst du da noch drauflegen. Ich hätte vielleicht hier auch 6 Prozent rechnen können. Eigentlich hätte ich die Formel anders basteln müssen, aber egal. Dass wir zumindest grob dran sind. Ich würde die Sachen jetzt zum Beispiel nur herstellen, wenn die Minimum für 52, 53 drin sind. Dass ich auch noch ein bisschen Gewinn habe. Weil das Auktionshaus hat immer eine Fluktuation auch noch. Die muss man auch noch ein bisschen im Kopf mit drin haben, wenn dann auf einmal jemand noch mal 2.000, 3.000 runter geht, schon bis zum Minusbereich. Deswegen da auch noch ein bisschen gucken. Selbiges habe ich hier unten dann auch noch mit Leder- und Kettensachen gemacht. Da haben wir dann halt andere Geschichten, wie die verzauberten Hornbalk, den schweren Hornbalk braucht man. Dann braucht man noch Lederknochen und halt die Splitter, die man beim Händler kaufen kann. Die braucht man hier übrigens auch, ne? Warte mal, habe ich den Fluxus vergessen? Oder braucht... Ach nee, den Fluxus braucht man, oder? Braucht man den da gar nicht? Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Warte, ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Braucht man den Fluxus, braucht man nur beim Schmied, ne? Ah, den braucht man... Okay, ja. Wusste ich. Okay, egal. Nein, ich war jetzt gerade irritiert. Stimmt, den braucht man nur beim Schmied. Hierfür braucht man ja die Knochen und dann dieses Leder noch. Genau, und das habe ich dann halt auch ausgerechnet. Hier sind die Preise wesentlich höher, ihr seht. Hier bei Rang 4 für die Brust oder die Beine, Helm, da sind wir schon bei 7... bei 157.000, um das Item herzustellen. Ich habe Leute, die mich teilweise anschreiben, die mich runterhandeln wollen bei diesen Leder-Items, weil die halt so teuer drin sind. Ich habe die für 180k drin oder auch teilweise für 200k. Dann wollen die mich auf 70k runterhandeln. Dann denke ich mir, habt ihr überhaupt so eine Relation, was die Mat-Preise sind. Also, ne, die Preise an sich sind halt schon mal so hoch, dass ich das für... Ich muss es halt für 160... 165.000 Aufwert muss ich es halt verkaufen, sonst mache ich es halt miese, tatsächlich. Also das auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch ein Legendary kauft. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lederpreise auf eurem Server sind, aber das ist natürlich dann schon ein ziemlich krasser Teil. So, und jetzt habe ich mir für die einen oder anderen, die es interessiert, hier noch hinten, das sind jetzt diese Spalten, aufgedröselt, was die Skillkosten waren. Also ich habe quasi die Skillkosten, ich muss jedes Item 15 Mal herstellen. Ihr seht, diese kosten 15 Mal. Und dann habe ich halt hier, ja, das sind nur die Armschützer drin, also mal eins, hier, dann sind es drei Items, hier sind es vier Items, dann erstmal pro Item, einmal die Skillkosten und dann Gesamt. Und die gesamten Skillkosten für Schmiedekunst waren jetzt bei mir 8 Millionen Gold. Und wenn wir dann noch draufrechnen, dass ich mir die Rang 4 Teile alle zweimal herstellen will, weil ich die ja dann auch verkaufen will, wenn ich sie hergestellt habe, dann sind wir bei 8,2 Millionen Gold, wenn ich das Zeug auf Max skillen will und zweimal diese Teile alle herstellen möchte. Ich sehe gerade, meine Rechnung ist falsch, weil das hier müsste ich ja dann auch noch mal 3 und mal 3 und mal 2 rechnen, merke ich gerade. Das ist ja Käse. Das müsste ich ja hier, nee, das passt, das ist 1. Das müsste ich mal 3 rechnen, sehe ich gerade, weil ich brauche ja, und das hier müsste ich mal 4 rechnen, sehe ich gerade noch, weil das hier sind ja 4 Items und das sind ja 3 Items und selben Fehler werde ich wahrscheinlich dann unten auch gemacht haben. Das sind dann mal 2 hier, das sind ja Leder- und Schmiede-Items. Das hier muss ich dann wahrscheinlich, wahrscheinlich, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items, genau, mal 6 und das untere müssten dann 8 Items sein. So, okay, hätten wir das auch. Gut, unten habe ich dasselbe dann noch mal bei Leder gemacht, also die Kosten, um die Leder-Items hoch zu skillen, hier wären dann overall 42 Millionen, 42 Millionen Gold, um das Lederzeug nur hoch zu skillen, nur dass du alles auf Rang 4 hast. Deswegen habt ihr gesehen, habe ich eingangs gesagt, dass das schon echt einiges ist. Dann, um die Rang 4 Items noch mal zu bauen, sind es noch mal 2 Millionen, oder ich hätte vielleicht so Punkte einfügen sollen, fällt mir an, genau, das sind noch mal 2,3 Millionen für die Rang 4 Items, um die alle zweimal zu bauen und dann sind wir insgesamt bei 44 Millionen, hier bei 8,5 und zusammen, wenn ich sowohl Schmiedekunst als auch Leder alles einmal hoch skillen möchte und die Rang 4 Items alle zweimal bauen möchte, dann sind wir bei 53 Millionen Gold, die du einmal flat reinschmeißen musst. Jetzt musst du bedenken, das kannst du nicht auf einmal machen, weil A, die Sachen, die Kapazität nicht im Auktionshaus ist, weil so viele Items einfach nicht drin sind im Auktionshaus und sobald du solche Mengen versuchst aufzukaufen, steigen die Preise und dann lässt sich das nicht mehr halten, dass man hier 2.500 oder 5.000 Gold für die Sachen hat, sondern dann geht es wesentlich hoch. Die Belge waren, die Verzauberten waren schon bei fast 7.000 und hier die Hornbäge waren bei 3.000, sogar über 3.000 habe ich die letztens kaufen müssen, weil einfach keine mehr sonst drin war. Jetzt hat es sich beruhigt, ich habe ja gestern nichts gemacht, das war vielleicht ganz gut und ja, aber nur mal so zur Relation, deswegen habe ich das hier nochmal ausgerichtet. Ich habe im Stream öfter gesagt, ich schätze, dass wenn man alles hoch skillen will, 50.000 Gold reinlatzen will und da sind wir ziemlich nah dran, also es wundert mich fast, dass ich es so gut geschätzt habe. Gut, was lernen wir jetzt aus der kompletten Tabelle? Wenn ihr einen kleineren Goldbetrag habt, stellt die 168er Items her, die verkaufen sich gut, ihr habt wenig Einstiegskosten, ihr müsst nicht großartig was skillen, ihr müsst nur bei Venari den Ruf oben haben. Mit einem Main-Char, wenn ihr das regelmäßig gemacht habt, habt ihr den oben, ich habe schon fast die nächste Rufstufe wieder. Also das sollte nicht das Problem sein. Die Legendary Items nur in den Markt gehen, wenn ihr extrem viel Gold habt, das ihr wasten könnt, also ein paar Millionen solltet ihr haben, sonst braucht ihr da gar nicht anfangen, so ist es leider und ihr müsst ziemlich im Auktionshaus campen, sonst werdet ihr da leider kein Land sehen. Das nur als Randinformation. So, ich kann euch vielleicht auch nochmal was zeigen. Ah, warte, bevor ich jetzt hier zum Craften anfange, ich habe auch im TSM bei meinem Twink was umgestellt und zwar Operationen, Crafting, hier habe ich auch, da stelle ich immer nur zwei Items ein, zwölf Stunden zwei Items bei den Leggy-Sachen und hier habe ich hier das umgestellt, hier ist normalerweise Minimumpreis 0,25 Average von Crafting, DB Market, DB Region und so weiter. Ich habe hier auf 0,80 das hochgestellt. Warum? Es gab hier auf Antony, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, so clevere Leute, die das spitzgekriegt haben, dass ich und andere halt permanent die Out-Items canceln, wieder einstellen, canceln, wieder einstellen und dann gab es so findige Leute, die einzelne Legendary Items ganz günstig reingestellt haben, dann sind wir drunter gegangen und dann haben sie die Sachen rausgekauft und hatten quasi einen Gewinn draus. Deswegen habe ich das hochgestellt, dass ich auf diese Sachen nicht mehr automatisch drunter biete, dass auf diese runtergebateten, weil da verlierst du tatsächlich Gold, die klauen dir quasi die Items günstig raus in dem Fall und ich habe nicht die Zeit, dass ich oder auch nicht den Willen, bei jedem Item, das ich einstelle, nochmal zu gucken, ist das wirklich so vom Preis okay hin und her, sondern ich muss da so ein bisschen drauf vertrauen, dass das läuft, weil ich mache das halt nebenher, dass ich immer canceln und neu einstelle. Deswegen, das ist so ein kleiner Schutzmechanismus, ich habe das hochgestellt, vielleicht für den einen oder anderen auch sinnig. Ich haue damit auch nicht alle Items rein, wenn die zu niedrig sind, dann bleiben die halt einfach im Momentan, so einfach ist das. Vielleicht so als kleiner Tipp, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch auch. So, jetzt gucken wir mal, was wir nachcraften können. Ich habe jetzt, achso, ich kann nochmal ein bisschen was herstellen, basteln wir mal hier nochmal 30 Stück, aber wir können schon mal bei Schmiedekunst anfangen. Ich habe, wie gesagt, hier schon mal ein paar Barren und jetzt gehe ich im Endeffekt her und gehe quasi hier zum Schmiedehanswursten oder in die Schmiede ran und achso, ich brauche noch ein bisschen Fluxus, sehe ich gerade. Ich habe zum Glück Gold. So, wir kaufen uns jetzt hier Splitter. Ich brauche wahrscheinlich vier, kaufen wir mal vier, Alter, schau mal, viertausend Dinger, fünfhunderttausend Gold. Na gut, müssen wir kaufen, hilft nichts. Ich muss jetzt einiges craften, deswegen haben wir jetzt viel gekauft. So, und hiervon, ähm, kaufen wir auch viertausend, hätte ich gesagt. Das kostet nur 36.000 Gold. Aber seht ihr, das ist schon über eine halbe Million raus. So, und diesen Scheiß. Ich weiß, dass ich jetzt hier einen Haufen Miese mache, aber ich verkaufe es beim Händler. Ich brauche diesen blöden Ding nicht und jetzt verstopfen wir das Inventar. Das sollte man eigentlich nicht machen, aber keine Ahnung, das zurückkauft keiner im Auktionshaus, ist ein Verätzten. So, und jetzt gucken wir mal, was ich mit dem anderen noch im Auktionshaus habe. Ach, so warte mal, dann schalte ich euch das hier wieder um. So, ich verkaufe das halt jetzt mit dem Twink aus vorhin genannten Gründen, ne, und jetzt muss ich einmal dem Twink die ganzen Sachen rüber posten und dann gucke ich im Endeffekt eins, zwei, drei, vier, kann ich in Chat posten. Ah, fuck, habe ich es im Say? Ja, im Say wollen wir das nicht posten, sondern wir wollen das quasi hier mal im Twink posten und dann kann ich nämlich die einzelnen Items mir durchgucken, was ich brauche, was sich lohnt, herzustellen und was ich euch jetzt dann, ähm, gut, ich kann es doch hier ranziehen, so, so, dolla, normalerweise habe ich jetzt die Tabelle auf dem dritten Bildschirm, wir ziehen sie jetzt aber einmal hier hin, so, jetzt habe ich dem Twink das gepostet und jetzt gucke ich rein, ähm, die Handgelenke, da habe ich nur noch drin, also die für 40er Handgelenke habe ich noch, äh, die zwei 45er Handgelenke habe ich noch zwei drin, da brauche ich nichts herstellen, die sind auch für 40k Gewinn, äh, geringer Gewinnanteil hier, wobei, der Barren ist runtergegangen, ne, auf 600, dann sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, tatsächlich, wenn wir den Barren ein bisschen runternehmen und ich habe die auch selber hergestellt hier für 100, also das passt auch, okay, ähm, und dann schauen wir mal, das würde mich 21, 22, ich könnte mir zweimal Rang 2 herstellen, das wird sich lohnen, ähm, Rang 1 wird sich nicht lohnen, der ist bei 3000 Gold, da sind wir auf jeden Fall im Miese-Bereich und Rang 2 ist bei 7000, da sind wir auch im Miese-Bereich, ne, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel, ähm, zweimal Rang 3 herstellen, die sind im Plus-Bereich, das machen wir gleich mal, dann gucke ich parallel schon mal das zweite Item nach, und zwar die Beinschützer, da habe ich noch einmal Rang 3 drin, und von den anderen gar nichts mehr, dann schauen wir auch wieder rein, ähm, Beinschützer, guck mal hier hinten, Rang 1 lohnt sich nicht, Rang 2 kannst du vergessen, Rang 3, es ist bei, bei 34.500, und für 35.000 ist es drin, gut, ich habe die Dinger jetzt vielleicht ein bisschen günstiger hergestellt, wenn ich jetzt sage, hier für 100 habe ich es hergestellt, können wir machen, können wir machen, ja, und Rang 3, oder Rang 4, ist für 65 drin, das lohnt sich auch, wenn wir die Bahn ein bisschen teurer nehmen, okay, dann sagen wir mal, stellen wir hier 2 her, und hier 1, da muss man immer so ein bisschen gucken, okay, wo steht man etwa, ein bisschen Gewinn will man auch machen, aber, da seht ihr, da sind die Spannen leider nicht sonderlich hoch, dann gucken wir mal die Brust, was da so geht, Brust, haben wir Rang 2, na, Rang 2 brauchen wir nicht herstellen, Rang 3 können wir machen, und Rang 4 können wir auch machen, normalerweise habe ich das halt auf dem dritten Bildschirm, aber da habe ich jetzt keine Kameraeinstellung für, deswegen machen wir das jetzt einfach so, stellen wir hier jetzt 2 her, und da können wir, okay, Rang 3 haben wir noch genug drin, da sind wir bloß unterboten, dann schauen wir jetzt wegen dem Kopf noch, der Kopf, da haben wir noch 2 Rang 3 drin, ne, Rang 3 brauchen wir noch, Rang 4 haben wir noch, dann schauen wir mal, ja, das, ähm, könnte sich rentieren, also Rang 3, also Rang 3 kann man auf jeden Fall 2 herstellen, und Rang 2, hm, 22, ich glaube, das war auch günstiger, ne, ja, komm, soll der Geiz, stellen wir zweimal hier den Rang 2 noch her, gut, dann gucken wir weiter zu den Schuhen, da ist meistens mehr Gewinnpotenzial, weil die Sachen günstiger sind, und die für einen ähnlichen Preis drin sind, so, wir haben gar nichts mehr drin von den Schuhen, und, ähm, das würde sich, also Rang 1 ist für 2000 Gold drin, das lohnt sich nicht, aber Rang 2 wird sich lohnen, Rang 3 wird sich lohnen, und Rang 4, also hier können wir einiges herstellen, Rang 2 lohnt sich, Rang 3 lohnt sich, und Rang 4 lohnt sich auch, da stellen wir dann auch 2 her, und jetzt seht ihr auch, warum ich so viele Mats gekauft habe, da geht tatsächlich schon einiges raus, ich glaube, Fluxus habe ich ein bisschen zu viel gekauft, müssen wir mal schauen, ob auf der Bank dann noch ein bisschen Platz ist, ich hoffe es zumindest mal, aber ich hasse es dann immer zwischendrin nochmal nachkaufen, zumindest soll Schultern, haben wir noch 2 drin, hier haben wir auch 2, da habe ich mir vorher gemerkt, das Rang 2 lohnt sich nicht, dann können wir gleich die Stulpen gucken, naja, wird sich das lohnen, Stulpen sind hier unten drin, Rang 3 lohnt sich nicht, Rang 2 würde sich lohnen, und Rang 4 lohnt sich auch, dann würde ich sagen, basteln wir Rang 2 zweimal, weil ich jetzt nur ganz gut Mats über habe, kräftig Rang 4, weil der sich doch gut lohnt, gleich 3 mal hätte ich gesagt, von den Schuhen kann ich Rang 4 eigentlich auch nochmal bauen, weil ich jetzt gar nicht so viel nachcraften muss, okay, dann gucken wir als letztes noch die Hosen, ah ne, das sind nicht die Hosen, das ist der Gürtel, und beim Gürtel, ah, haha, der Gürtel ist nicht so gut, der ist nicht so gut, 37, ja, komm, da, 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 Rang 2 brauche ich nicht bauen, aber Rang 3 und 4 kann ich bauen, jetzt muss ich mal schauen, wie viel habe ich da, da habe ich noch 2 drin, dann bauen wir den 3 mal, dann habe ich sogar noch ein bisschen was an Barren über, gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem, den Platten Sachen tatsächlich schon durch, dann gucke ich mal noch Leder, was da ist, und dann schauen wir mal, ob ich, wenn ich die ganzen Ledersachen nachgecraftet habe, ob ich dann eventuell, ähm, eventuell auch das letzte hochskillen kann, dass wir da mal auf 0 sind, übrigens, normalerweise mache ich dieses Nachcraften, äh, ein, also, Minimum einmal am Tag tatsächlich, dass ich nachcrafte, manchmal sogar zweimal, ne, wenn ich jetzt, ähm, frei habe, wie jetzt über die Weihnachtsfeiertage, habe ich Urlaub, und, ähm, da mache ich es dann einmal, quasi, wenn ich aufstehe, dann abends nochmal, ne, weil sich während dem Tag doch einiges abverkauft, Ziel sollte irgendwann mal sein, dass ich alle von den Legendary Items 3 bis 4 mal auf dem Twink habe, dass ich es nicht mehr so oft machen muss, im Moment, ähm, tue ich halt immer knapp am, am Gold-Minimum operieren, und dementsprechend geht es leider nicht ganz aus. So, jetzt stellen wir nochmal, äh, 20 Leder her, und dann schicken wir das Leder rüber, hätte ich gesagt, dass wir die auf gleich, auf gleiche Verhältnisse bringen, also, ich habe jetzt, ich habe jetzt, äh, 600, 700, 3 oder 3 stelle ich noch her, dann haben wir sie ziemlich ausgeglichen, na, warte mal, ich kann noch, ich habe hier noch 10 Leder, das passt eigentlich, also, ich kann auf 10 Unterschied gehen eigentlich, so, okay, schicken wir das rüber, ah, wir haben schon wieder 700.000 im Briefkasten, ne, mit mal einem Twink, also, falls es nachher knapp wird, können wir das dann wieder investieren, so, okay, also, wir haben uns das Leder rüber geschickt, ne, Leder im Wert von, na, von einem halben Goldcap, also 500.000 haben wir ja vorhin ausgegeben, und, das nehmen wir jetzt raus, und machen eigentlich, und hier haben wir auch schon wieder über 100k drin, also, zusammen sind wir schon fast wieder bei einer Million, während ich jetzt das Video aufnehme, an Zeug verkaufte, ich habe jetzt auch nicht großartig gerepostet, ne, während der Aufnahme, weil das wird das Ganze noch in die Länge ziehen, das machen wir nämlich danach, was machen wir danach dann, okay, gut, ähm, Leder haben wir, eigentlich können wir das hier gleich craften, und jetzt gehe ich halt, ähm, wieder her, und, poste in meinem anderen Char das Zeug, hier, eins, zwei, drei, vier, das sind halt jetzt, ähm, ein bisschen mehr Sachen, weil Kette und, ähm, Leder dabei ist tatsächlich, also muss ich das auf zweimal machen, so, jetzt machen wir erstmal die Kettensachen, und gucken auch rein, was ich da noch habe, was ich danach craften kann, was lohnt sich, wie sieht es aus, in, im Overall, Überblick, so, also, gucken wir mal die Handgelenke, da haben wir noch zwei drin, hier haben wir, Rang 3 könnte ich noch herstellen, jetzt schauen wir mal, switchen wir mal hier runter, Handgelenke, Rang 3, bei 63.000, ja, wir könnten hier ein bisschen runter gehen, wir haben es, bis 2,3 haben wir es gekauft, und hier, auf 4,6 war es, glaube ich, ne, können wir die Preise ein bisschen angleichen, aber selbst da, Rang 3 für 40.000, da sind wir, da sind wir weit weg, ne, ich kann, ich kann den Rang 3 nicht für 40.000 anbieten, da mache ich 20.000 miese, Rang 3 ist für, äh, Rang 4 ist für 119 drin, da sind wir im Plusbereich, bei Leder ist es extrem, da machst du mit den ganzen Loadingern so viel miese, das ist krass, also, Leder brauchen wir nix, hier brauchen wir nix nachcraften, dann, ähm, die Hosen, uh, ob ich da im Plusbereich bin, ähm, die sind, Rang 2 ist für 115.000 drin, da sind wir auf jeden Fall im Plusbereich, Rang 3 ist für 155 drin, tja, für 155 sind sie drin, Hashtag Kosten, 152.000, da weißt du Bescheid, da ist, da ist nicht viel Spielraum, da würde ich, würde ich vielleicht 2 bis 3K Plus machen, wenn ich die so verkaufe, okay, stellen wir mal 2 von denen her, aber das ist halt nicht geil, um ehrlich zu sein, okay, dann gucken wir mal wegen den Schultern, ähm, Schultern, Antonides ist halt schon ein sehr umkämpfter Markt, ne, man muss es, muss es so sagen, Schultern sind hier im mittleren Bereich dabei, wir sind bei Rang 3, bei 76.000, 66, da sind wir im Miesi-Bereich, Rang 4 wären im Plusbereich, so, ich könnte mir jetzt überlegen, ob ich Rang 3 herstelle und mit jedem Teil 10.000 Miese mache, wir machen das jetzt, weil ich die Sachen fertig kriegen will, das sind halt jetzt bei jedem Teil 10.000 Miese, aber es hilft halt leider nichts, ich will Rang 4 kriegen, das ist das Letzte, was ich noch brauche, und dann werde ich die Rang 3 Dinger nicht mehr herstellen, und so ging es halt bei den anderen Sachen auch, ne, ich habe teilweise dann mit jedem Item Miese gemacht, leider, aber Rang 4 ist im Plusbereich, und deswegen machen wir das jetzt, okay, dann, ähm, schauen wir zum nächsten, das sind die Stulpen, ich hoffe, dass wir da mal ein bisschen mehr im Plusbereich sind, uh, die Stulpen sind bei 237.000 Rang 4, und Rang 3 ist auch gut, aber da haben wir leider nichts verkauft, warte mal, das könnte sogar Rang 1 im Plusbereich sein, ne, ist es nicht, okay, dann, ähm, gucken wir das nächste Item nach, das sind die Treter, die Treter sind auch gut im Plusbereich, da könnte ich Rang 2 herstellen, 4, na, das lohnt sich auch nicht, das lohnt sich auch nicht, ist auch zu hoch, okay, Treter brauchen wir nicht, dann, ähm, schauen wir mal weiter, da waren wir, die Weste, die Weste ist bei 300k, ne, das ist natürlich krass, da habe ich auch noch die Sachen im Oktober, Auktionshaus, Rang 2 könnte ich die Weste herstellen, 58, ja, die Weste können wir, können wir herstellen, auf Rang 2, das wird sich rentieren, dann, ähm, können wir mal den Helm noch schauen, dass ich jetzt zu viele Mats gekauft habe, okay, hier ist alles raus, beim Helm muss ich nochmal, nochmal ordentlich was herstellen, Helm ist hier im Hohentier, ähm, das passt, den könnte ich bauen, Rang 4, Rang 3 lohnt sich nicht, Rang 2 lohnt sich auch nicht, Rang 1 lohnt sich auch nicht, also hier lohnt sich nur, der Rang 3, äh, Leer Rang 4, so rum, komm, da stellen wir gleich, äh, drei Stück her, der scheint sich, der scheint sich gut zu verkaufen, da ging ordentlich was raus, dann, ähm, gucken wir weiter, Weste haben wir, dann haben wir noch den Talienschutz, beim Talienschutz habe ich anscheinend noch im Markt einiges, ähm, dann muss ich mal gucken, ja, das lohnt sich, da stellen wir hier auch nochmal zwei her, so, und dann kommen wir jetzt zu den Leder-Items, hm, habe ich gar nicht zu viel nachherstellen müssen, aber es liegt auch zum großen Teil daran, dass halt bei vielen Sachen der Gewinn einfach nicht gegeben ist, ne, leider zumindest, sonst hatte ich immer zu wenig Leder, ich glaube diesmal habe ich sogar zu viel gekauft, außer wir müssen jetzt bei den Leder-Items nochmal richtig rein, reinklopfen, so, jetzt schauen wir mal, also, die Armschienen, hier sind wir, 115.000 ist Rang 4 drin, das würde sich lohnen, Rang 3 würde sich auch lohnen, Rang 2 nicht, wie viel Rang, den haben wir noch, da haben wir noch genug drin, da brauche ich nur Rang 4 zweimal, ich würde sagen, den stellen wir sogar dreimal her, dann haben, dann haben wir erstmal, noch einen kleinen Puffer, der ist auf jeden Fall im Gewinnbereich, dann die Gamaschen, das ist ein leidiges Thema, die Gamaschen sind wahrscheinlich im Minusbereich, oder, die sind bei 59.000, okay, das wäre im Plusbereich, das ist im Minusbereich, das ist auch im Minusbereich, also stellen wir mal, oh, ich brauche neues Leder, sehe ich gerade, tun wir mal 2.000 Leder noch kaufen, also seht, die Gewinnzonen hier auf Antonidas, zumindest, sind hauchdünn, da fährt man tatsächlich fast besser, mit den blauen Items, und hat auch nicht so hohe Investitionskosten, kann natürlich aber auf eurem Server anders aussehen, wenn ihr halt nicht so krasse Konkurrenz habt, wie ich hier, und eventuell seid ihr auch der einzige Anbieter, das ist natürlich dann auch von Vorteil, okay, Hosen haben wir auch, dann schauen wir mal den Helm an, uh, der Helm, okay, da weiß ich mittlerweile jetzt die Preise auswendig, weil die ja genauso sind, wie bei der Hose, das ist auf jeden Fall im Plusbereich, da können wir dann auch schon, weil wir jetzt genug Leder haben, drei Teile herstellen, hätte ich gesagt, Rang 2, nee, da muss auf 90.000 sein, das lohnt sich auch nicht, dann schauen wir mal die Schulterstücke, oh weia, die Schulterstücke sind aber nicht sonderlich gut, die sind aber im niedrigeren Tier, die müssten, Beine, Weste, Kopf, genau, die sind hier dabei, 105, nee, Rang 4 kannst du knicken, Rang 3, puh, 2, nee, kannst du, kannst du, also Rang 3 könnte ich, aber da habe ich noch was drin, nee, brauche ich nicht herstellen, brauche ich nicht herstellen, dann können wir die Stulpen schauen, oh, ich glaube die Stulpen, das könnte ganz gut gehen, die Stulpen sind hier mit dabei, da lohnt sich Rang, 4 lohnt sich, Rang 3 lohnt sich nicht, Rang 2 würde sich lohnen, Rang 2 und 4, Stulpen Rang 2, halt, das ist nicht schuld, uh, jetzt hat man, komm, bauen wir mal hier, bauen wir von den Stulpen Rang 4 mal 3 Stück, ich hätte mir mehr Leder kaufen sollen, und Rang 2 können wir auch 3 kaufen, äh, kaufen sage ich, herstellen, müssen wir dann gleich nochmal neues Leder her, her, her holen, gut, dann haben wir noch den Tallien-Schutz, da haben wir sogar noch einiges im Auktionshaus, da müsste ich aber auch zumindest den Rang 4 nochmal bauen, schauen wir mal, 115 oder 29, ja, komm, den bauen wir hier nochmal zweimal, wir haben ja noch Leder, oder wir hatten noch Leder, so, jetzt kaufen wir nochmal, ach, so, obwohl, so viel habe ich jetzt nicht mehr, was ich baue, nochmal 2000, ich glaube, ich habe mit den Kristallen hier auch ein bisschen übertrieben, ich dachte, ich muss mehr nachcraften, aber das ging jetzt eigentlich, vieles ist halt leider im Moment auch nicht wirtschaftlich, vor allem bei den niedrigeren Rängen, so, das können wir nochmal herstellen, dann, achso, habe ich es jetzt zweimal oder dreimal hergestellt, ich stelle es nochmal her, das war ja ein Plusbereich, okay, dann haben wir noch die Treter, 75, 118, schauen wir mal rein, 115, ne, also, nur Rang 4 wird sich lohnen, dann stellen wir uns bei den Tretern mal Rang 4, drei Stück her, und dann haben wir tatsächlich nur noch ein einziges, die Weste, und von der Weste, schauen wir mal, da sind wir im 152, ja, da kann ich nochmal dreimal den Rang 4 herstellen, und dann habe ich das erste Mal tatsächlich sogar einige Mats über, haben wir ein bisschen zu viel gekauft, da muss ich sagen, wäre es tatsächlich sogar besser gewesen, ich hätte wahrscheinlich nicht ganz so viel gekauft, weil ich habe jetzt natürlich nach oben hin, dann wird es halt ein bisschen teurer, aber gut, ich habe es bis 2, 3, glaube ich, gekauft, die Sachen, das ist okay, ja, gut, habe ich ein paar Mats über, tatsächlich noch, die können wir jetzt mal alle rüberschicken, auf meinen Twink, die Geschichten, und wieder ins Auktionshaus hauen, und dann sind wir tatsächlich auch schon wieder durch, wie gesagt, diese Herstellgeschichte mache ich eigentlich jeden Tag, dass ich einmal alles raufbastle, kostet auch tatsächlich seine Zeit, wie ihr jetzt gesehen habt, aber ich dachte mir, ich zeige euch das einmal, wie ich das im Moment handhabe, selbiges gilt natürlich dann auch für die 168er Items, die stelle ich auch ein, zwei Mal am Tag neu her, das dauert aber nicht so lang, weil ich das halt nicht mit einem anderen Char abgleichen muss, einfach weil ich halt da so ein bisschen den Vorteil habe, dass ich es mit dem Char verkaufe. Ich könnte natürlich auch die Legendaries jetzt hier mit meinem Main verticken, aber dann wäre ich halt ständig im Auktionshaus gebunden mit dem Char, und mit dem möchte ich ja auch so ein paar andere Sachen rund ums Collecten, ums Gieren und andere Sachen machen, und ja, da möchte ich halt nicht nur im Auktionshaus stehen tatsächlich, das ist fürs Craften, die Zeit ist da schon genug. Schau mal, da oben haben wir sogar noch ein bisschen was von dem anderen Stuff. Jetzt hoffe ich, dass auf der Bank noch genug Platz ist tatsächlich. Dann kann ich das hier, komm, das tun wir jetzt halt verlusttechnisch weghauen. Wir haben jetzt ein bisschen Fluxus gekauft, aber der geht eh weg, und diese Splitter, die wir für eine halbe Million gekauft haben, die, ja, die kriege ich die nächste Zeit auch weg. Ich werde noch einiges craften, also da haben wir jetzt halt einfach schon mal ein bisschen was für die nächsten Items vorgekauft. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Gut, das können wir alles auf die Bank hauen. Jetzt haben wir wieder noch ein bisschen mehr Platz tatsächlich. Das hier auch noch. Gut, sieht das Inventar schon wieder einen Ticken leerer aus. Ja, das war es dann eigentlich soweit. Achso, ich kann jetzt noch mal gucken, was wir für ein Item Value mit dem Twink haben. Ziehen wir den vielleicht auf einen großen Bildschirm, dass ihr das ein bisschen besser seht. Also jetzt gehen wir mal auf TSM, da kann man hier ganz schön schauen. Ich habe jetzt Waren im Auktionshaus noch für 5,6 Millionen im Moment. 248.000 haben wir gerade noch verkauft. Ich glaube, während der Aufnahme ist auch noch mal einiges reingekommen hier. Ja, ne, ich habe schon wieder eine Million Gold hier durch Waren eingenommen. Da können wir jetzt aber hier einmal sonstige Sachen rausnehmen und nochmal neu einstellen und gucken, was wir dann für einen Item Wert im Auktionshaus haben. Dann müssten wir das meiste, was zumindest im Plus-Bereich ist, wieder drin haben. Ich habe übrigens nicht nur im Inventar noch Items. Ich habe auch noch auf der Bank einiges. Also es ist jetzt nicht so, dass das, was ich im Auktionshaus habe, alles ist, was ich noch rumliegen habe. Also da haben wir noch einiges übrig. Viel ist halt tatsächlich auch noch vom Skillen. Also ich musste ja auch die ganzen Sachen hochskillen. Ihr habt gesehen, zum Teil halt auch im Minus-Bereich. Achso, was mir gerade noch einfällt. Ich muss natürlich jetzt das neue Rang-4-Item wieder in meine TSM-Liste reinbasteln. Das können wir gleich mal machen. Das dürfte nämlich jetzt nicht eingestellt werden. Ich habe nämlich hier Leggy. Genau, das hier ist es. Warte mal, wo habe ich denn die... Oh, da habe ich mir entscheidend was Falsches rübergeschickt. Die Items muss ich zurückschicken. Die will ich nicht mit dem verkaufen. Hat mich anscheinend verklickt vorhin. Okay. Also wir stellen jetzt die alle noch mal ein und dann schauen wir mal, wo ich dann liege mit dem Wert, was ich halt quasi im Auktionshaus noch habe. Gut wäre es, wenn TSM auch den Wert im Inventar beziehungsweise der Bank zusammenrechnen würde, dass man so grobe Anhaltspunkte hat. Okay, wo stehe ich? Goldtechnisch ist es für meine Tabelle halt ein bisschen schlecht. Aber, naja, lässt sich nichts machen. So, die hauen wir noch rein. Die blauen Items schicken wir noch zurück. Und dann müssten wir den Wert auslesen können. Ja, hier sind sonst alle raus. Die habe ich jetzt halt hier alle drin und muss wirklich jeden Rang einzeln reinpacken in TSM. Sonst erkennt er das irgendwie nicht. Er checkt zwar bei den Items, komischerweise die Herstellungskosten von den Rängen nicht, aber sieht schon, dass es eigene Items sind. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt haben wir wieder einen Wert im Auktionshaus von Items 12,12 Millionen und ein bisschen was. Also da geht auf jeden Fall einiges. Jetzt müsste ich natürlich wieder reposten, weil ich wahrscheinlich bei allem unterboten bin. Ja, und hier haben wir eine knappe Million nochmal drin. Ach so, wir wollten jetzt die paar blauen Items noch zurückschicken hier. Gut. Das an TLA. Eins, zwei, drei. Die sollten da nicht hinkommen. Und dann muss ich halt immer mal wieder auf der Bank auch gucken, ob ich wieder was abverkauft habe, dass ich da nochmal ein bisschen was rausnehme. So. Wir machen jetzt mal noch kurz einen Account zu scannen und gucken mal, dass ich euch zeigen kann, bei wie vielen Sachen ich unterboten wurde in der Zeit, wo ich jetzt hier die Aufnahme gemacht habe. Seht ihr, das ist fast alles. Bei 93 Items wurden wir unterboten in der Zeit. Wenn ich das jetzt rauscancel und neu einstelle, sind wir innerhalb von einer Minute bestimmt wieder bei 20, 30, 40, 50 Items unterboten. Das ist leider so. Okay. Gut. Damit wären wir dann tatsächlich am Ende. Ich würde sagen, ich trage jetzt hier in der Tabelle, kann ich jetzt halt nichts Sinniges eintragen. Ich könnte jetzt halt eintragen, dass ich fast kein Gold in der Tasche habe. Mit dem einen halt eine halbe Million, hier nochmal 250.000. Klar, im Briefkasten so ein bisschen was. Ich denke mal, das wird jetzt ein paar Wochen dauern, bis ich genug großen Pool an Gold habe, dass ich immer, dass ich quasi das Gold für die Woche im Briefkasten lassen kann. Im Moment ist es ja so, dass ich es wirklich jeden Tag rausnehme, investiere, rausnehme, investiere. Deswegen ist es für die Gold-Tabelle jetzt ein bisschen blöd. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein paar Wochen dauern. Ich habe auch schon im Stream gesagt, ich mache das in mehreren Phasen. Phase 1 ist quasi, ich muss halt das Gold immer wieder rausnehmen und die ganzen Sachen auf Max skillen. Die Phase haben wir jetzt abgeschlossen. Ich habe jetzt die, habt ihr ja vorhin auf der großen Tabelle gesehen, um ein bisschen über 50.000 Gold einmal umgewälzt, dass ich alles auf Max skillen konnte. Zweite Phase ist, immer wieder die Items herzustellen, die im Plusbereich sind und irgendwann so einen großen Pool an Gold zu haben, dass es nicht mehr notwendig ist, jeden Tag das komplette Gold rauszunehmen. Das ist die zweite Phase und die dritte Phase ist dann dorthin zu kommen, dass ich an dem Punkt bin, ja mal 10, 20 Millionen auf der Tasche zu haben, dass ich das über die Woche aufbrauchen kann und am Ende der Woche wirklich das rausholen kann, was ich an Gold gemacht habe. Das wäre optimal und dann können wir auch die Tabelle sinnvoll weiterführen. Das schätze ich, wird aber noch 2, 3 Wochen dauern. Vermutung, vermutlicherweise. Okay, dann haben wir jetzt wieder die Stunde geknackt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Viel zu lang tatsächlich wieder an der Stelle. Beim nächsten Mal machen wir dann nur noch die Geschichte mit dem Gold, da werden wir dann nicht mehr craften, aber jetzt habt ihr das zumindest einmal gesehen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Achso, was ich noch am überlegen bin, ob ich jetzt auch in andere Berufe gehe. Ich habe ja Schneiderei noch oben und VZ. Da bin ich tatsächlich noch am überlegen, ob ich zumindest bei Schneiderei auch in die Leggy-Geschichte mit reingehe. Da müsste ich ja mit dem Twink-Torgast machen, dass ich, glaube ich, die Legendaries herstellen kann. Da bin ich am überlegen und ja, muss mal gucken, was ich jetzt die nächste Woche so mache. Eventuell werden wir da auch noch was rein investieren. Das zeige ich euch dann aber in der Woche und ja, dann würde ich sagen, bis dahin hat mich gefreut, dass der ein oder andere bis zu dem Zeitpunkt dabei geblieben ist und dann sehen wir uns gerne dann wieder in der Woche. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!